Mache ich jetzt trotzdem, weil es nach 19 Uhr ist, fange ich den jetzt oder fange ich den nicht? Ich weiß es nicht. Herr Thomas redet von der Raid-Gruppe aus der Beschreibung. Einfach mal in die Beschreibung gucken vom Stream. Da steht die Raid-Gruppe drin, da habe ich auch schon 20 Mal gepostet. Kann ich dir auch gleich nochmal posten. Und es ist... Nix. Keine Ahnung. Leider nix, leider nix. Oh. Toll. Shiny. Was ist das jetzt? Das ist ein... Wie viel da ist das jetzt hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. So. Da seht ihr mal, wie das ist. Äh, fünfzehn Raids. Habe ich fünfzehn gesagt? Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Ich frage mich noch, soll ich das jetzt fangen? Soll ich es nicht fangen? Weil es nach 19 Uhr ist. Die Raid-Stunde ist an sich um. Aber es ist ja eh ein Shiny. Da kann man es ja auch mal fangen. So, dann nehmen wir das jetzt mit. Wenn aber noch Anfragen da sind, wenn noch welche reinkommen, wenn jetzt noch welche einladen, dann mache ich dann natürlich noch weiter, weil ich will ja eigentlich das Hunder da. Es gab sogar vier... Habe ich jetzt eine Beere draufgeworfen? Ich blick gar nicht mehr durch. Vier XL-Bonbons auf jeden Fall. So. Da ist der Louis, den ich gar nicht brauche, weil ich genügend habe. Ich will das Hunder da. So. So.